Das ist ein unglaublicher Teamgeist, der wir auf den Platz legen. Was wir schon nach Rückständen aufgeholt haben, wie defensiv gefestigt wir aber auch sind mit diesen wenigen Gegengoals. Das sind zwei extrem wichtige Bausteine. Wenn dann noch dazu kommt, dass wir so viele unterschiedliche Torschützen haben und nicht nur auf 1-2 Spieler angewiesen sind in der Offensive. Ich glaube, das ist ein Mix, der uns im Moment extrem gefährlich macht und uns erfolgreich macht. Ich glaube, wir brauchen eine Unterstützung von den Fans. Ich glaube, dass wir uns in der Hüte spielen können. Wir brauchen eine Unterstützung von den Fans. Wir brauchen eine Unterstützung von den Fans. Wir brauchen eine Unterstützung von den Fans. Das haben wir schon immer extrem gut gespürt und uns extrem viel Freude bereitet können, nach Hause zu spielen. Wir haben gewusst, dass extrem viele Fans für uns hier sind, die uns anführen. Die auch eine geile Atmosphäre zustande bringen, obwohl es ein offenes Stadion ist. Darum geniessen wir es sehr. Wir geniessen auch, dass diese Saison oder in der Rückrunde nochmals ein Stück dazu gekommen ist. Dass immer mehr Fans kommen. Und wir sind gewählt, um mit erfolgreichen Resultaten auch noch ein Stück dabei zuzuführen, dass wir ein Endspiel zusammenhängen. Natürlich erwarte ich, dass jedes Spiel schwierig ist. Aber Sant Cullen ist ein sehr gutes Team mit qualitenden Spielern. Ich erwarte eine schwierige Herausforderung. Aber ich hoffe, dass drei Punkte in Letzigrund bleiben. Jetzt proactive wir uns nachher im Team FC FC ENTERTITELUNG.